so hallo meine lieben hier ist wieder euer ein herr harry, servus grüste und danke dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es heißt akku rein glücklich sein, da ist der harry, so heute geht es wieder um ein power exchange gerät, ihr wisst selber power exchange, das ist erfolgreich, schön kompistentisch, das akkusystem perfekt für uns heimwerker und das ist jetzt ein gerät, das ist einfach ein wunschgerät von mir, keine ahnung ich freue mich wie zau dass ich es auspacken darf, ich freue mich wie zau wenn ich es erstmal bedienen darf, heute machen wir nur unboxing, heute packen wir es aus, schauen wir uns an wie es einpackt ist, wie es zusammengebaut wird, da seid ihr heute dabei und sobald ihr dann das video dazu gemacht habt, wie es funktioniert, die säge, wie sauber die arbeitet, wie sie eingestellt ist, voreingestellt ist, ob wir noch was einstellen müssen, sobald ich das video fertig habe, verlinke ich das unten in der videobeschreibung und mache es natürlich online, ist eh klar, aber jetzt selber zur säge mal, das ist die tesm3610lli solo, solo heißt natürlich ohne akku, das wissen wir schon, es ist ein twin pack technologie gerät, das heißt 2x18 volt akku, 36 volt gerät, hat 3800 und dringend in der minute, das sägeblatt ist ein 254 mm großes sägeblatt, 254 x 30 mit 40 zähnen, also sagen wir jetzt einmal, so eine art universalblatt würde ich jetzt mal sagen, wo zu einfach alles mal hernehmen könnte, ich habe natürlich das Vorgängermodell auch, das steht auch bei mir in Italien in meiner Werkstatt und deswegen freue ich mich riesig, dass ich das kriege, das kommt da auf meinen sägebocken auf, dieser universal sägebock, wo es gibt von Einhell, da kommt die drauf, dass die einfach mobil ist, also nicht mehr irgendwo fest drin gebaut, sondern mobil dieses Mal. So, dann haben wir haben wir erstmal einen Frosch im Hals, haben wir einen Schwenkbereich von minus 47 bis plus 47 Grad, einen Gärungsschnitt von 0 bis 45 Grad nach links, Schnittkapazität 340 x 85 und das ist das Geile, dass du so eine riesige Schnittkapazität hast, das freut mich, weil ich baue nämlich als nächstes die, die wir meinen Kanal verfolgen und auch den Allroundhari-Kanal, wo ich das jetzt auch gesagt habe, was ich baue, baue ich was und ich verlinke euch den Allroundhari-Kanal da unten, könnt ihr euch anschauen, vielleicht ein Abo machen dann, verpasst auch nicht, wenn ich mit den Einhellgeräten arbeite, dann haben wir 15,7 Kilo ohne Akku, ein bisschen schwerer wie die alte, die alte war 12,6 Kilo und das Sägebock war 300, die Schnittkapazität war 310 x 65, also haben wir da jetzt schon ein bisschen mehr Kapazität beim Schneiden her, dann hat es einen Laser, LED-Beleuchtung, hat einen Softstart, einen Überlastschutz natürlich eine X-Trend-Arbeitsauflage mit Endanschlag und eine Spannvorrichtung und einen Späneinfang-Sack. Aber jetzt würde ich sagen, spannen wir uns nicht länger auf Folter, sondern packen wir das Teil mal aus hier. Und da muss ich sagen, da hat der Osterhaus ganz schön schwer zum Schleppen gehabt bei mir, weil ich habe die zu Osteren bekommen, ganz ehrlich gesagt, und ja, das war schon toll, so ein Stück Schleppen. So, also wenn wir aufmachen, jetzt habe ich das natürlich als hochgekannt, das Ganze, wo man natürlich nicht machen sollte, aber wir haben hier mal die Auflagen, die X-Trend-Auflagen, die sind jetzt schon wieder eine richtig krasse Nummer besser, wie bei der alten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sie fühlen sich besser an, ob sie besser sind, also sie schauen auch besser aus. Ich glaube, die müssen auch was machen, dass sie es sind sehr stabil. Haben wir zweimal die Auflage, dann haben wir den Späne-Fang-Sack, dann haben wir den Handgriff mit der Absaugung, dann haben wir das Feststellteil, ich kann es ja selber, wo man dann oben das festmachen kann, dann haben wir natürlich dabei Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise, Garantie-Hinweise, unter anderem natürlich in Deutsch, so wie Sie es gehört, ist dabei, auch. Dann haben wir hier noch einen Griff und eine Schraube, und dann würde ich mal sagen, schauen wir mal, ob das so geht, oder ob man sie, nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Das ist natürlich alles extrem sauber verpackt, sicher verpackt. Und da haben wir es ja dann schon, wie gesagt, 15,7 Kilo, leicht, leer ist es, auf Zeiten damit, so, das ist doch wie Weihnachten, da steht die doch schon mal sauber vor uns, also, dann haben wir hier, das ist wichtig, den Zettel müsst ihr beachten, hier, da könnt ihr die Garantie vom Gerät, auch mal verlängern, auf drei Jahre, bei Akkus, auch ja länger, auf zwei Jahre, und hier, wenn sie das, könnt ihr euch einscannen, hier könnt ihr es verlängern, und dann könnt ihr noch was gewinnen, aber schaut euch das an, das ist wichtig, so, und schon steht sie vor uns, in einem wunderbaren Rot, in einem wunderbaren Rot steht die vor uns, super geil, und dann müssen wir sie natürlich soweit montieren, dass wir sie hernehmen können, also sie hat, natürlich die Griffigkeit ist eh klar hier, hier kommt der Griff da drauf, wo wir gesagt haben, und zwar schaut das Ganze so aus, und den musst du jetzt praktisch mit dem, so hermachen, verschrauben, das mache ich ab jetzt anders, ja jetzt auch, Valentin, Urstein haben wir nicht Valentin, ich habe halt echt ein Froschenmals, irgendwie ist das ein blöder Schrauberzieher, Hallo, was ist jetzt heute? Also, gescheit festziehen, ihr könnt es jetzt natürlich an der Schraubensierung drauf machen, das habe ich mir jetzt gespart, dann Deckel drauf, und so ist es fertig, dann kannst du es hier verstellen, zum festmachen dann nicht, so, yes, 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 dann können wir die natürlich hier verstellen, da habt ihr hier, den zum Drucken, und man kann schon verstellen, machen wir mal null, dann kannst du hier festschrauben, das ist wirklich sehr stabil gemacht, muss ich wirklich sagen, dann müssen wir hier nach oben mit dem Ganzen, da muss irgendwo, hier, da, siehst du da hinten, bis das zum festmachen, wenn du sie transportieren willst, und dann ist sie schon praktisch fast beliebsbereit, hier ist es raus damit, die ist echt wirklich super toll gemacht, ohne Schmarrn, so, dann haben wir diese Extend-Auflagen, die können hier in der Seite rein, dann müssen wir aber, dann hier, eigentlich die Schraube hier in der Pfanne, dann gehört die da rein, ich seh's mit der Schrift nach vorne, die muss dann auch innen rein, hier machen wir auch die Schraube raus, andere Seite, dann muss man das ein bisschen umdrehen, da siehst du, so kippt sich oder sogar schon, da ist es nicht ganz fest, ja, dann haben wir hier die Auslagen drin, und wenn sie die praktisch hier, können sie die verschieben, die muss natürlich aber auch gesichert werden, dass sie nicht rausfällt, und deswegen können die Schrauben hier rein, das sind aber so Sachen, da hole ich mir jetzt echte Schraubensicherung, Moment, schnell, so, und da bin ich wieder, da mache ich jetzt hier Schraubensicherung rein, und hier auch, laden wir mich nach, an den Finger abputzen, dann schrauben wir das noch fest, weil die möchte ich nicht verlieren, also wirklich nicht, und wenn ich es ja schon bei der Hand habe, mache ich das, dass ich das auch noch schnell rein habe, so, hier habt ihr die vier Auflagepunkte, wo du den praktisch dann auf dem Bock, äh, oder halt irgendwo festmachen kannst, wie du das willst, die Verarbeitung ist wirklich perfekt, aber da bin ich ja schon gar nichts anderes gewinnt, gell, da habt ihr noch was zum Festschrauben, so, ja, 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 die da waren auch locker, da schön hin, das gehört so her, du kannst es rausnehmen, ich zeige dir schnell, du hast hier, eine Kerbe, und dann kannst du das Ding empfangen, und zum Neumachen, wieder so, und dann kannst du es auch erstellen, so, und hinten, da hinten praktisch festmachen, hier, du kannst natürlich hier auch, hier machst du es fest, so, und hier kannst du dann den Niederhalter festmachen, rechts oder links, ist egal, da musst du aber aufpassen, dass das Flache praktisch hierher schaut, und dann kannst du den Niederhalter dann reinmachen, muss natürlich dann hier, kannst du es auch noch aufmachen, weiter runter, so, ganz runter festmachen, und dann hast du hier den Niederhalter, wo du praktisch da auch erstellen kannst, ab und zu braucht man, ganz ehrlich gesagt, ab und zu braucht man wirklich, er ist nicht schlecht, der sollte bei der Maschine bleiben, dann haben wir hier, die Absaugung, da werden wir natürlich auch mal checken, wie gut die Absaugung ist, und die gehört da hin, und die gehört da hin, da ist jetzt so, da braucht es eigentlich gar kein, weil das ist Sprengring oben, da braucht es eine kleine Schraubensicherung oder so, sind ganz schön lange Schrauben, und dann habt ihr praktisch hier, wenn ihr es jetzt transportieren wollt, was zum halten, den Griff, und natürlich für die Absaugung, von der Absaugung selber, nehmen wir schnell den Schlauch, von meinem Lieblingsstaubsauger, passt, passt, ein und frei, so, dann machen wir die Parkposition wieder raus, das ist alles auch sauber gefettet, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich sauber gefettet, dann hast du hier einen Imbus noch drin, das habe ich gerade gesehen, sogar mit dem Kreuzschlitz, also ich hätte es gar keinen Holen brauchen, zum zusammenbauen, dann hast du hier die Schraube, zum Feststellen vom Schlitten, der Schlitten läuft echt sauber, der läuft echt sauber, dann haben wir hier die Rennl, hier haben wir den Anschlag, weil viele oft mal sagen, meine Säge sägt nicht mehr ganz durch, also du kommst dann nicht ganz durch, und es bleibt immer zum Schluss, praktisch da hinten, ein Stückchen stehen, ist mir auch schon passiert, denken, was ist jetzt los, da hat sie dann hier diese Schraube losgeschraubt, diese, das ist der Anschlag, und dann kommst du nicht mehr ganz runter, und wenn du praktisch so vorfährst, bleibt immer hier, ganz ein kleines Muckersäckerlis stehen, und du kommst nicht ganz durch, und das ist dann praktisch diese Schraube, wo sie versteilt hat, hier. Da ist sogar, warte mal, das ist sogar Spezial, Tags mit dem Loch innen drin, okay, also die vermuten nicht, dass ich es versteil, das ist jetzt fest, ich kann mit dem Schraubziehen rein, und du hast natürlich auch noch einen Höhenanschlag, ich habe ja schon mal mit so einer Säge, praktisch nur, so eine Einbuchtung gemacht, wo ich mein Ding drüben gebaut habe, meine Tippstation, und dann kannst du hier praktisch runterstellen, wenn du nicht zu tief rein willst, dass hier dann der Anschlag praktisch das da ist, und das, wenn du praktisch jetzt so, das sollte das Rädchen immer ganz unten sein, auch fest sein, nicht, dass ich es selber verdrehe, weil wenn du öfter sägst, oder wenn du dann mehrere Sachen sägst, dann schraubt es sich dann selber oft rein, die Dinger kannst du dich auch noch verstellen, sind auch fest schraubbar hier, da, mit dem da, auf der anderen Seite das gleiche, dann haben wir hier die Gradanzahl, du kannst hier losschrauben, dann kannst du sie kippen, die Gärungsschnitte, 0 bis 45 Grad haben wir gesagt, das ist, warte mal, das stimmt, also hier oben haben wir noch die Anzeige, dass es auf Null ist, die geht jetzt nicht genau auf Null, also das müssen wir jetzt dann noch testen, dann mache ich ein extra Video, zum Testen, schneit es ja jetzt schon genau, oder müssen wir es nicht richtig einstellen, auf jeden Fall dieses Blätter da oben, das kannst du hier locker schrauben, da ist natürlich auch ein bisschen schraubt drin, und das versteht es ja ziemlich einfach, da ist nur eine drin, da wäre es jetzt besser gewesen, das Ding wäre länger gewesen, vielleicht auch oben noch zum Verstellen was gehabt an einer Schraube, und die andere hätte sich auch noch gehalten, weil wenn du mit irgendwas hinkommst, könnte es sein, dass es sich verstellt, könnte sein, aber das läuft echt saugut, wie gesagt, hier ist der, warte mal, ich mache das fest, Parkposition, einfach das da rein, Parkposition, und da würde ich sagen, dann lassen wir sie doch mal rennen, und das ist die X-Tel-Auflage, kann Schiefer stellen, hier kannst du es 45 Grad, 47 Grad nach rechts oder links bestellen, du hast hier einen Sicherheitsschalter, musst nach links drücken, und dann kannst du runter, mit dem Ganzen, dann hast du natürlich hier auch noch, den Laser, das Laserlicht, und die Beleuchtung, praktisch LED Beleuchtung, aber ich hole jetzt einfach mal zwei Akkus, würde ich sagen, das sind jetzt 4A Plus Akku, wenn ich jetzt damit sehe, würde ich natürlich immer die 8 Ampere nehmen, 6 bis 8, würde ich nehmen, so, dann haben wir hier das Laserlicht, dass du siehst, wo der Schnitt läuft, und hier haben wir die Beleuchtung, hier, und da seht ihr auch, wo das Licht läuft, läuft da, schau, und hier haben wir die Beleuchtung, so, jetzt machen wir den nochmal auf 0, dann machen wir ihn fest, hier ist noch was, das ist wahrscheinlich, das ist die Auflage, die wurde runterdrehen, kannst du da unten, dass er so geschaut aufliegt, wenn man will, und lassen wir es mal laufen, hat Soft-Start-Funktion, und wenn ich jetzt drücke, also ich sag es euch jetzt, warte mal, jetzt drücke ich, und dann schau es mal, aber ich würde sagen, machen wir auch ein Probeschnittel, ich hole mal schnell was, so, jetzt, also ich habe jetzt gleich mal, was geholt, und dann können wir auch gleich prüfen, ob der Lese stimmt. Und zwar habe ich jetzt das hier ganz am Anschlag. Mach das da drauf, dann lese es an und du kannst ja dann hier so fahren. Und der fährt wirklich aschtreihen an meinem Lineal entlang. Also der ist wirklich top eingestellt. Es ist leider so, dass ich euch das jetzt schlecht zeigen kann, weil die Kamera hier vorne steht, aber der passt perfekt, muss ich wirklich sagen. So, dann ist es natürlich so, wir brauchen natürlich Sicherheitsbrille, Gehörschutz. Der Einhell Julian würde jetzt sagen, muss ich einen roten Gehörschutz anziehen. Ja, das stimmt Julian, aber ich habe jetzt den roten gerade auf der Baustelle, den muss man dann mit dem kaufen. Wer einen Einhell Julian noch nicht kennt, schauen wir bei YouTube, gib einen Einhell Julian. Ganz ein netter Kerl. Jetzt machen wir mal einen Schnitt. Und dann schauen wir mal, wie das passt. Das habe ich jetzt gefürchtet. Ich habe extra eine Staubsauger gerichtet. Mein Gott, das gibt es doch nicht. TEVC 1810, perfekt für so erarbeitet. Das sieht so aus. Ich glaube, da muss ich von Italien wieder meinen Staubsauger mitnehmen, der wird von selber einschalten. Jetzt schauen wir mal, wie es passt, das Ganze. Das kann ich euch leider auch schlecht zeigen. Aber es passt wirklich super. Also es passt wirklich super, muss ich wirklich sagen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die Voreinstellung ist perfekt. Die ist echt perfekt. Also da muss ich jetzt gar nichts einsteigen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Weil ich oft von euch höre, ich muss die Säge noch einschneiden, keine Ahnung und so weiter. Ne, muss ich nicht. Probieren wir mal 45 Grad. 45 Grad. Und da ist es jetzt aber so, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir mit dem Sägeblatt nicht hier reinfahren. Und wir müssen das nach außen steigen. Dieser Halter muss jetzt nach außen. Und sonst steigen wir nämlich voll. Ich kann jetzt ins Sägeblatt, nein, man sieht so hier, man muss den rausstellen. Und hier genauso eigentlich, dass der draußen steht. Und dann ist das Ganze nämlich richtig eingestellt. Wir müssen dann noch ein bisschen raus. So, müssen wir her. Machen wir es wieder fest. Probieren wir es mal 45 Grad. Wie gesagt, Gehörschutzbrille und so weiter wisst ihr selber. Jetzt können wir natürlich auch unseren Halter hernehmen. Hier. Auf der Seite eher schlecht, ganz ehrlich gesagt, derzeit. Aber auf der anderen Seite geht es. Ich bin da nicht ganz drunten. Jetzt ist die Schraube nicht ganz heraus. Jetzt. Jetzt ist er fest. Dann machen wir den da hin. Ich zeige es so rum. Machen wir den fest. Jetzt schauen wir. Einschalten. Es ist natürlich, da geht immer was daneben. Ich glaube, du schaffst es nicht, dass das hundertprozentig funktioniert. Richtig sauberer Schnitt. Seht's. Und jetzt schauen wir, wo passt der Schnitt. Pah. Krass. Ich lasse jetzt einfach ein bisschen stehen. Schaut's euch. Seht ihr das? Der passt wirklich perfekt. Wirklich. Also wirklich perfekt eingestellt. Und der Schnitt ist auch super. Und was haben wir für eine Schnittlänge? Warte mal. 340. Das sind jetzt 300 noch, was das hat. 340. Moment. So. 340. Machen wir hier. Dann müssen wir es natürlich wieder hochsteinen, das Ganze. Anziehen nicht vergessen, ganz wichtig. Dann ist das Coole einfach das mit dem Laser. Dass du jetzt da hergehst. 340. Das ist das Coole jetzt mit dem Laser. Und jetzt zeige ich euch eins. Das meine ich damit, wenn die Höhenversteuerung verkehrt eingestellt ist. Und jetzt haben wir ja das Problem, dass das da praktisch hervorgeht. Und dann nicht ganz durchgesägt wird. Also ich muss die da ein bisschen runterstellen. Dass die weiter vorgeht. Oder ist irgendwas im Weg. Da ist nichts im Weg. Das ist im Weg. Aber das wird passieren. Also das ist dann, wenn du sowas machst im Weg. Gerade bei sowas. Und das wird passieren, wenn du praktisch das nicht ganz durchschneidest, wenn der Tiefausschlag nicht stimmt. Aber es schneit wird jetzt einfach nicht. Ja, ihr habt das wahrscheinlich gleich gesehen. So. Jetzt auch, wie der Staub sagt, vergessen. Jetzt haben wir hier 340. Da können wir anschauen, ob das passt. Wie der Laser ist. Ja, es passt. Und dann haben wir hier 340. So, ich mach das jetzt ganz nach links. Weil das natürlich so, wie du so sah, ist das zum Schneiden. Und festspannen kann ich so nicht. Eigentlich macht man das nicht. Eigentlich macht man das jetzt nicht, weil das ist jetzt echt gefährlich. Das ist jetzt echt, äh, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich schau mal, ob ich was anderes habe. So, ich hab was anderes gefunden. Hat zwar nur 320. Aber es ist auf jeden Fall sicherer, wenn ich das jetzt hernehme. Weil, ich bin auch immer der, der, der eigentlich das links hat, als wie rechts. Ist natürlich, wenn du die Säge gibst, nicht möglich. Aber jetzt sind wir, jetzt natürlich schon. So. Machen wir das Ganze runter. So, das Ganze runter. Dann steigen wir es fest. Und ein sehr saubere Schnitt. Und natürlich eh klar. Oben auch. Ganz minimal ausgerissen. Aber unten wisst ihr selber. Perfekt. Jetzt haben wir halt doch den Test gleich mitgemacht. Von der Einstellung her. Natürlich könntest du es noch 45 Grad so rum einsteigen. 45 Grad. Es ist so wirklich sauber hier anzeigen. Ohne Schmarrn. Es passt perfekt. Da wäre es jetzt cool gewesen, da wären zwei Schrauben dran gewesen. Dann müsst ihr die einfach wechseln. Aber ist bei der anderen glaube ich auch so. Das ist ein ordentliches Problem, dass das jetzt geht. Das ist dann, dass was passiert. So mal aufpassen. Weil sie das dann hochhauen. So. Das passt auch perfekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Passt auch perfekt. Kann man wirklich nicht jammern. Aber das sind so Sachen, wenn du sowas schneidest, soll es hier länger sein. Und dann kannst du hier nämlich das drauf machen. Tipp ich mal. Probieren wir es mal. Ja. Und nicht hier, weil der ist ja der Motorblock. War also ein Fehler von mir. So. Ja, das lassen wir gleich stecken. Also ich muss jetzt sagen, meine Säge ist wirklich gut eingestellt. Ich kann nicht schimpfen. Und ich bin, ich freue mich schon riesig damit zum Arbeiten. Du siehst ja hier, den Laser schon ganz genau, wie der genau in der Mitte verläuft. Und wenn du das so nimmst, dann mach bitte den Akku raus. Dass sie nicht aus Versehen angeht. Das ist natürlich, ich habe jetzt den Staubsauger angekappt und trotzdem haben wir relativ viel Dreck. Aber das ist einfach bei so einer Karpgärungssäge das Problem, dass die nie so 100% schafft, das alles wegzubringen. Ganz ehrlich gesagt, aber, also ich freue mich richtig drauf, jetzt wieder arbeiten zu können. Ich schraube es ja als erstes jetzt aber auf den Sägebock drauf. Wie heißt der, glaube ich, ich sag's euch schnell. Den gibt es nämlich als Zubehör bei Einhell. Da kommt die da, das ist meine 14 Jahre alte Karpgärungssäge, Karpzug-Gärungssäge. Die kommt jetzt wieder da drauf, auf den Bock, weil mir das sowieso ein bisschen im Weg da drüben ist. Und die kommt auf den drauf, weil ich das einfach will, dass die jetzt mobil bleibt, dass ich sie mit aufnehmen kann. Mein nächstes Projekt steht ja oben schon wieder an. Das Projekt seht ihr, wie gesagt, im Allround-Hari-Kanal. Der ist unten verlinkt, die Säge ist unten verlinkt. Ihr könnt euch das alles anschauen, ihr habt es jetzt nicht im Kopf, was sie kostet. Aber der aktuelle Tagesbreite ändert sich ja eh laufend bei dem großen A. Und du kannst es praktisch hier transportieren, ganz einfach. Aber es ist, also ich freue mich wie zauernisch machen. Ich freue mich wie zauern, da festmachen, wo gut ist. Also, das war's schon wieder von mir. Ich hoffe, es ist ein bisschen Entscheidungshilfe gewesen. Brauche ich die, will ich die, muss ich die haben. Und wenn du noch kein Abonnent gemacht hast, solltest du eins machen, weil ich immer die neuesten Geräte, gerade in der PowerX-Klasse, präsentiere, so dass du eine Entscheidungshilfe hast, was du willst oder was du nicht brauchst oder doch brauchst oder haben musst. Und dann würde ich sagen, das war's von mir. Vielen Dank, wie gesagt, die, die noch kein Abonnent haben, sollten eins machen. Und ansonsten hoffe ich, dass du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Akku-Hari-Rein. Akku-Rein, der Harry ist da. Akku-Rein, glücklich sein, da ist der Harry. Also, bis zum nächsten Mal, dein gesund. Schau bitte, wenn es heißt Akku-Rein, glücklich sein, da ist der Harry. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, servus, mach's gut. Beben. Acts zu. 良 farther ran. An 옆 disp narrow.